Die Corona-Challenge Die Aufgabe lautete, eine Probe im Freien aufzunehmen, nach den Vorschriften, die zur Corona-Zeit gelten. Ich glaube, wir haben unsere Sache ganz gut gemacht. Wir haben in unserer schönen Stadt nur die besten Locations ausgesucht. Die Pegnitz-Quelle darf natürlich dabei nicht fehlen. Die Regelungen in Bayern sind ein bisschen kompliziert. Wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis wir das alles unter einem Hund hatten. Beispielsweise müssen die Bläser auch im Freien drei Meter Abstand zueinander halten. Wir haben auch keinerlei Aufwand und Mühen gescheut und hatten einen ziemlichen Spaß bei der ganzen Sache. Das ist jetzt unsere allererste Probe, seit Corona begonnen hat. Und wir haben uns richtig gefreut, dass wir endlich wieder zusammen spielen konnten. Und wir haben uns richtig gefreut, dass wir 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 uns richtig gefreut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Handschuhsheimer, ich glaube, wir haben unsere Challenge ganz gut erfüllt. Den Kasten Bier, den können wir jetzt selber trinken. Im oberfränkischen Bierparadies steht natürlich jederzeit ein Kasten Bier auch für euch wieder bereit, aber dazu müsst ihr uns in Pegnitz wieder besuchen kommen. Den Staffelstab reichen wir weiter an die Posaunenchöre Abensberg und Möttingen. Die Aufgabe ist folgende. Ihr müsst eine Probe aufnehmen unter Beachtung der Corona-Vorschriften. Schickt uns bitte ein Video als Beweis, andernfalls schuldet ihr uns einen Kasten Bier für die nächste Probe. Untertitelung des ZDF, 2020